Moin Leute, hier ist wieder euer Alisa 4 mit einem weiteren Part zu Super Mario Bros. 3. Wie ist denn hin? Jetzt, zwar schon in Welt 2, ist schon klar, ähm, na, in der Burg. Und, diesmal, Burg, sie, also ist jetzt, hier sieht er auch anders aus, kommen jetzt Elemente wie der Boohoo zum Beispiel, Wump, oder wie diese Dinger da heißen und so, und, ja, so, wir haben nochmal hier so ein Blatt, der Boohoo verfolgt uns die ganze Zeit, aber nur wenn wir umdrehen, ja, macht er halt einen auf Pussy und, ja, da rennen wir durch. Okay, das war dumm, na, fuck. Boah, das war voll Risiko gerade, alter. Aber, na, egal. Vorsicht, 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 Vorsicht. Aber vor der Aufnahme habe ich mir so erstmal dabei gedacht, scheiß, ich muss unbedingt mein Handy aufladen, renn, Junge. Wow, wow, wow. Ich will, jetzt darf man warten, naja, egal. Ja, geh nicht auf, geh uns nicht auf die Nerven, Boohoo, wenn's geht. Hast du schon ein Boss? Oh, na, okay. Naja, ähm, jedenfalls, ich wollte unbedingt, ah, nee, wir sind auch noch klein und müssen gegen, ich weiß nicht, wer das ist, ob das Bum-Bum ist oder so, ich bin mir da nicht sicher. Wow, 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 fuck. Fuck, ey. Scheiße. Das darf nicht wahr sein, ey. Wir sind, ah, Junge. Aber, Leute, das war so klar, das war so klar, hier. Das war so klar. Wie soll man das doch bitte schon als kleinen Mario schaffen? Ey, wenn ich jetzt wieder gestorben wäre, Alter, ich wäre wieder sowas von ausgerastet. Ich mach das jetzt als Schnelldauer-Schlag, nee, doch nicht, haha, kann man ja nicht komplett rein. Okay, so weit, so gut. Naja, äh, jedenfalls hier, bevor ich, äh, jetzt aufgenommen hab, muss ich unbedingt mein Handy laden, weil ich bin gerade am Laden, ne. Ich, äh, weil, ich hatte ja wieder Schule gehabt und so. Und ich hatte nur noch Akku von, wie viel waren es? Irgendwas, irgendwas mit 20 Prozent, Alter, das war, nee. Das ist Schicksal. Weil ich bin nämlich immer noch gerade am Aufladen. Nein, diesmal renne ich nicht. Weil ich bin nämlich noch gerade am Aufladen, hier, Akku und so. Aber wieso renne ich da mal so eine Scheiße? Ich bin nämlich auch gerade noch mal am Aufladen, hier, 47 oder 48 Prozent und so. Weil ich kann mal kurz gucken. Ja, geht so. Wissen Sie, was? Sehe ich so 54 aus? Nee, da warte ich jetzt lieber. Zeit ist mir sowas von scheißegal gerade. Und, ja. Akku wird schon, wird schon laden. So, zweiter Versuch jetzt. Mein Gott, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Und wir sind immer noch klein. Was zur Hölle? Komm her, Junge. Komm her, hab ich gesagt. Versuch Nummer drei. Das ist zwar jetzt der Anfang, aber wie lange habe ich jetzt gefilmt? Ja. Ich gucke drauf beim Film. Wieso habe ich mich nicht aufs Spiel konzentriert? Äh. Scheiße. Der Fail war so lächerlich. Wie behindert? Ich gucke es nicht mehr drauf, das ist mir jetzt zu behindert. Da soll, da soll der Part jetzt 30 Minuten Überlänge haben oder so. Ist mir jetzt egal. Weil bisher hatte ich ja ein, bis jetzt zwei halt. Der aktuelle Mario Kart zu versuchen, Part 10 Teil, 21 Minuten. Und vom letzten Test von Kars hat es 30 Minuten. Also, die bin der Part. Der kann ruhig 30 Minuten oder so gehen. Habe ich diesmal sogar nicht nix dagegen. Der Gegner. Ähm. Smash Pass hat er, hatte ich glaube, es ist schon gesagt. Aber ich sag's kurz nochmal. Ähm. Der wird... Entweder am Donnerstag... Leck mich, Junge! Man, es kann doch nicht wahr sein, dass ich immer... Nee. Dass ich immer faile. Naja, egal. Naja, jedenfalls... Äh. Naja. Wow, 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 wow. What? What? Ja, Game Over. Na klar will ich fortsetzen, was denkst du? Ja, und wenn ich nochmal am Ende 5 Leben faile, dann bin ich Game Over da von vorne anfangen und da war es ein Arsch offen und da wird. Alter Junge. Ey, das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich wieder von vorne anfangen. Da wegen Smash Pass und so. Das hatte ich zwar glaube ich schon gesagt, aber das kommt so... Entweder am Donnerstag, ich glaube heute Abend, nee, das ist mir da ein bisschen zu spät. Okay, wobei, ich hatte es schon mal abends gemacht, aber... Nee, 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 nee. Entweder am Donnerstag oder... Und am Wochenende. Oder... Hoffentlich gibt's... Okay, ich hab zwar nur 23 Abonnenten, aber es mir trotzdem ist scheißegal. Hoffentlich gibt's von den 23 Abonnenten wenigstens ein paar aktive Zuschauer, hoffentlich. Die Leute, die aktiv sind, die können halt an den Kommentaren schreiben oder so, wann sie Smash Pass haben wollen. Also heute habe ich es vielleicht sogar nicht mehr. Naja, mal schauen. Nee, ich... Ich werde zwar noch... Vielleicht gerade dann noch ein Video machen, aber... Dann was anderes. Oh, was war das gerade? Ey, das war gerade fast unnötig. Und jetzt Smash Pass, wenn ich zwar dieses Wochenende... Oh... Ja, hä? Hä? Ja, was ist das? Ja, genau. Scheiß komplett rein. Was war denn das? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich hab doch schon abgebremst. Ja, genau. Ist klar. Ich hätte aber wieder übelst geopfert, Alter, ey. Ich werde wohl übelst... Ich bin übelst das Opfer, gerade, ey. Naja, jedenfalls... Was kommt wahrscheinlich am Wochenende? Aber Donnerstag... Gibt's jetzt mal die Rohre? So. So ein bisschen Konzentration... Chil, chill, chill. ich bin noch hier oben drauf bin ich behindert man wieso denke ich nicht nach bleib ruhig bleib ruhig da kann man ein bisschen näher ja endlich wieso habe ich nicht gleich daran gedacht was bin denn ich für einen lappen nein ist unnötig junge packt packt deine dinge aus hier ja nicht falsch verstehen ihr wisst was meiner dies dieses dach und ich bin gerade nicht raufkommen ich habe gesagt komm her komm her junge ja endlich und wir haben es doch endlich geschafft und sind auch schon acht minuten so lange gab es mal gebraucht dort dann mach ich hier fort länger du tritt mich jetzt nicht nur das mit sich ich kann doch nicht nur die borg zeigen das wird so blöd und aus dem jetzt ungefähr acht minuten das mit so wenig setze die drei teile eines bildes richtig zusammen und gewinnt einen preis du hast nur einen versuch wenn es geht bitte nur feuerblume yes komm schon komm schon komm schon okay absolute konzentration ich habe einfach irgendwas gedrückt ich wollte noch warten egal 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 ist uns scheißegal wir gehen einfach dahin und suchen unsere kiste aus für eine truhe hallo wieder eine truhe ihrer inhalt wird ja auf deinem weg nötig sein und passt die stimme überhaupt zu tot naja ich hab's einfach irgendwie versucht naja der ist knuddelig naja ein pilz naja 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 ich geh jetzt extra dort rein hab jetzt keinen keinen bock zum laufen ja ne 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 ja gar kein kommentar jetzt machen wir mal ein fight hier junge hier gegen den boma oder so ungefähr kurz getan und fertig und was war das noch mal finde dings hier ist eine musikbox naja genau jetzt weiß ich glaube die kammer außerhalb benutzen hier wenn er also wie gerade dieser bummer wo zum beispiel der schläft ein und man muss nicht gegen den kämpfen war das in den level genauso weil so richtig bin ich mit dem grad nicht so richtig sicher und das ist scheiße immer so klein ist er kann man nichts aufmachen wir haben bestimmt jetzt items drin mann zum kotzen gerade nein der bleibt mich jetzt nicht töten ja 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 jetzt dreht jemand die eier dich auch auch wenn du nichts getan hast aber es mir egal hä 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 oh ja okay okay ja bitte nicht sterben nicht sterben nicht sterben oh ne oder oh ne die stelle habe ich schon damals gehasst irgendwie keine ahnung oh alter ey übelst heftig heftig na komm schon jo so gehen wir in die röhre und beenden und was ist ein pilz duuuuun duuuuun duuun 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 okay wieder einen heftigen fight mit einem weiteren den mach ich einfach so einfach so und eeeh eeeeeh eeeh eeeh wdf eeeeeh eeeh eeeeeh eeeeh eeeeeh eeeeeh ii hätt' jetzt mal den pilz benutzt ne jetzt sagen schon einige leute der könig als kleiner mario durchlaufen das ist mir scheiß egal ich brauche die items die items sind wichtig das war dumm das war dumm ich habe bestimmt jetzt schon tot also es war doch gut den pilz zu benutzen ja das level ist böse nein so kommt dieser scheiß cooper her kann man das meiner sagen alter jetzt bleib ich kurz ruhig ich brauche konzentration geht nicht nein 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 genau genau ist klar deine mutter deine mutter deine mutter ich kann dann noch mal hingehen und wie geil sind aber die ganzen items weg oder ich wollte schon sagen hole ich mir halt jetzt schnell noch ein item mein gott man was ist das ist das heute für ein paar dollar was ist denn los ja ok nehme ich mal mit ich habe ja schon drei blätter ich benutze es mir egal so gehen wir noch mal schnell in das level bin aber wie gesagt trotzdem kurz ruhig und ja so wenn ich jetzt mein tag oder naja doch so ungefähr wenn ich ihn jetzt verliere wollen wir sowas komm schon du hast die sonne die sind bis zum kotzen die sonne los komm runter du billiges teil die so böse die sonne ist so heftig das ist übelst die akkro sonne alter da kommt der fall der pädophiler nein du wirst nein 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 komm ey verpiss dich da wollte mich diese verkackte sonne auch noch ach ne vergisst das auch eine feuerblume cool wird ja mal zeit mal was anderes für zwischendurch so um vier bis abgad bock auf dem fight let's fight komm her geht das ja tatsächlich ein hammer cool aber das waren ich glaube das war kein item für mario sondern das war solche teile wie hier dieses pyramiden teil hier oder was im weg war könnte man halt kaputt machen aber so ein richtiges item war das auf jeden fall glaube ich glaube ich glaube nicht so ganz ähm ja das war schon am vierten level in welt 2 was ist da oben bitteschön geh mal weg da du stürst du sollst weg gehen ja da geh ich halt weg komm ich wenigstens nein ja toll was das das hat nicht jung 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 ja ich bekomme noch was danke sehr jetzt kann ich wenigstens schnell nochmal nachgucken wenn ich es nicht verliere das erfordert höchste priorität okay ich kann da wirklich schwimmen was bringt was bringt mir was nix das ist jetzt irgendein secret oder was anscheinend schon und das irgendwo von ganz oben und so Okay Okay so wow wow, solltest irgendwas sagen? was war denn das für eine abkürzung sind jetzt riesengroß die abkürzung Ich wollte euch gerade das Level zeigen, aber ne, 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 ihr habt gerade keinen Bug auf dieses Ding, ey. What the fuck? Ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Alter. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle? Alter. 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 Dum 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 dum. Ja, diesmal mit dem Kind. Habe ich nicht schon gedrückt. Gedrückt. Und wie viel Leben habe ich noch? Oh, vier. Die werden eh noch down gehen, also von daher. Das ist doch nicht laut, Mauri. Jetzt bin ich auszusehen auf den Knopf draufgekommen. Ach, scheiße. Ich gehe da lieber nicht hin. Vielleicht hätte ich jetzt also, war jetzt Bock auf ein Item, aber bei solchen Stellen lieber nicht. Wow. Ne, hier ist nix. Oh man, oh man, oh man. Wie gesagt, dieser Part ist sowas von, naja. Zum Glück sind das rote, rote Koopas, die wären jetzt bestimmt schon längst im Wasser gewesen. Ich hätte keine Suizid-Koopas. Aber vielleicht ist da wirklich Nintendo auf die Idee gekommen, damals roten, grünen Panzern als Dings zu machen. Als Items. Vielleicht verstehe ich ja jetzt die Logik, weil die roten Koopas, die wiederholen ihren Laufschritt, sag ich mal hier, dass sie nämlich nicht sterben. Und die grünen, die laufen nur auf einer geraden Linie. Und, ja, und je nachdem, ob da ein Untergrund ist zum Sterben, ja, sind sie halt da und sterben dann halt. Klärten wir mal dieser Rang hoch, womit ich eigentlich auch nicht so richtig gerechnet habe. Geht die weiter hoch, ne. Das ist nur für Münzen, ne. Gibt's auch vielleicht noch irgendwas anderes, außer nur ein paar Münzen vielleicht. Ah, cool, ne Röhre. So ein Special, du. Ja, Pilziii. Cool. Achso, okay, so ein P-Switch. Na toll. Dafür mache ich das jetzt kaputt. So. So verleihne ich den jetzt. Oh, ne, jetzt kann ich das nicht kaputt machen. Oh, ne, es gab ja noch keine Stamm-Attacke. Ich mache jetzt einfach frei raus. Wow. Na. Komm auch noch ein ab oder so, ich weiß ja nicht. Ja, wenigstens einen ab. Ja, cool, danke. Wenigstens eins. Ist ja besser als nix, also. Geben wir mal da hin, ja, weil das hat wieder diese Kappen-Müll da, hier. Kein Kommentar. Ach, das ist auch ein Level? Oh, das wusste ich jetzt nicht mehr. Sorry. Gehen wir mal durch die Tür, weil andere Wahl haben wir ja eh nicht. Bekommen wieder ein Blatt. Ich habe zwar nix gegen das Blatt, aber kann jetzt mal wirklich mal was anderes kommen, ey. Wirklich. Mal irgendwie, keine Ahnung. Feuerblume oder so, irgendwas. Verpiss dich mal. Nix. Ja. Genau. Das ist ja fast jetzt wie so ein kleines Labyrinth, ey. Suche den richtigen Ausgang. So ungefähr. Okay, das war knapp. Okay, ohne Tanurimaru, wenn man da jetzt nicht auch hochgekommen ist. Ah, hier, da ist so ein Schalter. Mach das mal weg hier, damit ich mal durch kann. Sammeln mal noch die restlichen Münzen mal ein. Hab grad Bock drauf. So, gehen wir da raus. Und sind wir da in dem Labyrinth, sag ich mal. Weil der Anfang war nämlich so edelig aufgebaut. Jetzt hier rein. Nö. Ist wahrscheinlich auch der Ausgang. Ja. Wir fliegen drüber, haben keinen Bock drauf und haben auch das Level abüberstanden. Oh yeah. Fiezen aus. Ach, das Castle schafft man noch auf jeden Fall. Oh, wie furchtbar. Der König wurde verzaubert. Bitte findet den Zauberstab, um ihn zurück zu verwandeln. Na klar, das machen wir auf jeden Fall. In Welt 1 haben wir es auch geschafft. Und hier in Welt 2 im Castle. Naja, nicht jetzt Castle, weil... Schiff. Ja, Schiff. Haben wir es auch geschafft. Also, bitte. Das werden wir schon schaffen. Und das war übels knapp, ey. Ich mach's kaputt. Ich mach's kaputt. Ich mach's kaputt. Ja. Ja. Ist klar. Ist klar. Genau. Aber ich finde den Soundtrack von dem Airship irgendwie geil. Aber auch lieber aufpassen hier vor diesem... Achso. Achso. Wow, 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 wow. Hier, Vorsicht hier. Okay. Ich lass mich doch kurz vor der Röhre lass ich mich noch treffen. Ja, nee, ist klar. Ich kann mich auch verorschen, ne? Ist klar. Aber... Ja. Ja, warte mal. Okay. Es ist... Ja, okay. Jetzt weiß ich es. Weil das ist nämlich Morden. Das soll Morden darstellen. Und... Es sind doch die Kupalinge. Es sind doch die Kupalinge. Du gehst jetzt nicht sterben. Ich vergaß dich, Junge! Oh. Sorry für das war vergasen. Das war gerade übelst das falsche Wort dafür. Und... Ähm... Täusche ich mich? Oder sind wir in Welt 1 auch gestorben? Also nicht jetzt allgemein in der Welt. Ich meine, das ist jetzt hier beim Schiff. Ich denke schon. Und hier wird es doch Zeit, mal diesen Hammer mal zu benutzen. So, mein Gott. Mann, ey. So unnettlich mal wieder. Ja, jetzt darf man das nochmal machen. Ach, leck mich doch, ey. Mann, ist das gerade zum Kotzen, ne? Nein, nicht jetzt zum Kotzen. Naja, egal. Nein. Vorsicht. Ich könnte ja ausrüsten bei diesem Scheiß hier, Junge. Ich könnte es zwar nicht sehen, aber hier. Ich gebe dir den Mittelfinger. Ich gebe dir den Mittelfinger, Alter. Wisst ihr was? Ist mir ja scheißegal. Ich benutze jetzt einfach hier so ein... Ne, das ist so schade. Den hier Blumen. Genau. Ich nehme das Blatt, aber ich sage Blumen. Ja, genau. Ich muss... Ich müsste auch mal richtig überlegen, was ich genau sagen werde, ey. So, mal schauen, ob es diesmal was wird. Das ist jetzt schon der dritte Versuch, Alter. Wow. Wow. Das ist ein bisschen böse irgendwie. Bisschen böse? Ein bisschen böse, die Stelle. Ich behalte mal. Ich fühle mich gerade ein kleines bisschen sicher. Irgendwie. Und so. Ja, so mehr oder weniger. Nein, diesmal nicht. Geh in die Röhre. Geh in die Röhre. Okay. Jetzt machen wir Morden Platz so schnell wie möglich. Wow, nice. Will ich schon angreifen lassen, wenn es geht, bitte. Okay. Ja. Ja, endlich erst down. Tschüss, Morden. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Juhu-Juhu-Juhu-Juhu-Juhu. Oh, großartig. Fantastisch. Ich habe meine alte Gestalt zurück. Nee, zusonst. Oh, großartig. Fantastisch. Ich habe meine alte Gestalt zurück. Tausend Dank, hier ist ein Brief von der Prinzessin. Das war jetzt die richtige Stimme, sogar schnickle ihn. Sehr gegrüßt, der weiße Block enthält magische Kräfte, die dir helfen werden, deine Gegner zu bezwingen. Und bei allen Geschenk, das dir helfen wird, Prinzessin Todstuhl. Welt 2 kapiert. Oh yeah. Das ist jetzt der Part des Welt 3. Oh yeah. Dann sagen, fangen wir mit Welt 3 im nächsten Part wieder ein. Wieder ein? Wieder an. Der Sprachfehler kurz bevor es vorbei ist, genau. Dann schaltet wieder beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Super Mario Bros. 3. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Alisa 4. Ciao Leute, macht's gut.